Wie unten sind sie? Wer ist das? In Noct, einer Gegner. Darf ich den anderen holen? Keine Ahnung. Das ist jetzt hier über mir wahrscheinlich. Rechts Treppe. Oh, der kann schießen. Ich bin fast Oney, ich muss weg. Hast du ihn geholt? Ne. Der trifft gut, du müsstest ihn langsam mal abschieben. Wie ist er denn? Hier? Direkt auf der Treppe hier? Hä? Jetzt ist er weggerannt. Hier? Ah, sorry. Da bin ich ein bisschen zu aufgeregt. So, ich komme runter. Äh, hast du Sniper Eimer? 36. Ich probier's mal. Das hab ich nicht. Ja, hab ich nicht. Bleib mal schießen. Mhm. Ich muss noch ne Bounty anmachen. John, Wake. Haben dich doch noch nie getroffen? Doch, hab ich. Okay. Dort. Ich hab halt keine Fernkampfwaffe. Dann geh erstmal in Deckung. Wer bin ich? In zwei Teams, kann es sein. Kannst du eine Waffe geben? Wir müssen uns erstmal um die Typen kümmern. Inner ist 1, aber sowas von. Der hinter dem Felsen ist es 1. Ach, die droppen keine Drinks mehr übrigens. Nicht? Nein. Was soll das tut jetzt da? Oh, okay. Hab ich nicht gesehen. Der Team ist gerade umgefallen, wie es aussieht. Der Bot dort unten. Shit. Liegen noch Drinks? Ist auf jeden Fall eine Antonia-Skin gewesen. Einmal weggerannt zu sein. Zwei. Ne, ich hab mal schon. Ja, hat gereizt, ja. Ich hätte schon eher mal drauf kommen können. Das ist broke. Bei der Torte. Die andere ist noch beim Auto, beim Redswagen irgendwo. Ja. Immer noch dort. Ja. Ähm, die müssen eh zu uns kommen. Ich würde eigentlich hier auf der Scheune warten vielleicht. Ich bin jetzt nicht bei dir, oder? Zippert oder? Hast du ein bisschen mit Cover gefüllt? 110. Is broke. Is down. He's finished. What is dead? Ah, ist nur noch der andere Typ, der die gerätzt hat. Die denke ich. Da oben drauf. Shit. Down. Ja. Hast du? Ja. Ich dachte, es wäre nicht mein Kill, weil ich gar keine Bestätigung bekommen hatte. So, gehen wir gleich mal Richtung Boundy so ein bisschen. Nach Slappy schaffen wir es eh nicht mehr. Container wäre eigentlich vielleicht noch eine Maßnahme, oder? Machen wir ein paar Drinks holen. Wenn ich es wieder auf will. Für mich eher. Ich habe gar keine. Ja. Da fährt was links neben uns. Ja. Da vorne auf die Brücke. Hm. Ausgestiegen zwei Mann. Na, tanke. Sag rein. Ja, guck mal jetzt meine Tanke. Ja. Will ich jetzt die Tanke in die Luft haben? Ja. Ich weiß nicht mal wie kann. Du schießt was. Das ist es. Geballer. Ne ne, hinter der Tanke. Da in der Tanke ist. Inner mit Bogen. die werden vom berg beschossen kommen jetzt runter auf den berg pushen ich glaube das waren dann die beiden teams container noch oder looten hat er hätte gebraucht schnell kannst du wegkrabbeln die sind die auf dich oder aufeinander ich mache schon mal einen fight trick bereit dann habe ich auch keine hier zu mir bitte ich gehe erstmal wieder hier den berg hoch damit wir wenigstens einen kleinen headglitch haben ja da ist er immer noch eine tranke mit bot mit eis komm schon zeig deine rüber oben im eis zirkel kommt achtung aber ich glaube nicht zu dir du bist noch ohne mich doch ich habe die deckung deckung tue ich auch gut er ist down da push 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 ich weiß nicht sehe ich nicht ich habe sie mit eigener eiswacht nice good job der hatte drinks habe ich der andere der gedaunte war mein killer aber der zweite war halt ein so wo müssen wir dann als nächstes hin dort so also dort dann der berg wäre dann unser nächstes ziel wahrscheinlich hier die zwei sips rüber und dann auf den berg könnte man eigentlich fast bist du schon unterwegs ist oder was der groovkiller holt ihr einen nach dem anderen mitten an dem wir sterben halte ich für gar nicht mehr so unwahrscheinlich das problem ist diese nicht das letzte team wo kommen die hoch ist die frage bleibt mir hier oben bleibt mir oben an der kante ich glaube das ist günstiger ich habe halt das zweite team links links hier ja ist immer ein sandwich ich renn weg hier nach oben ja die flanken ganz weit links die sind jetzt hier bin schon da in da in da ich bin dead 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 ja ja du kannst deine krone wieder in da wenn du möchtest naja da hinten sind sie oh shit ich musste denen ich bin meine wieder auf oder von mir wieder auf habe ich aber dir geholt nein ich hatte zwei ah leer ich habe doch ich hatte gar keinen ich habe deine wehen genommen achso sch ch oh shit wenn sie mich sehen bin ich am arsch warum sind sie? ich glaube die gucken noch in die falsche richtung weil dort der koffer steht ich glaube der koffer ist deiner ja ich weiß deswegen gucken die ja da hin ich hab's gewusst ich hab's einfach doch